Und da sind wir wieder! Die Alte ist gerade am Computer. Hatte ich schon wieder. Hatte? Was hat die? Was hat die für ein Problem? Hä? Oh, hallo. Ich muss sagen. Er spielt. Ich spiele immer sein Auto. Hm? Einmal der Geschichte erzählen. Mick? Oh, hallo. Ich habe dich gesagt. Oh, hallo. Harfe dir sein? Ich habe dich gesagt. Ich habe dich gesagt. Wah-schreiber dich lassen. Das ist nicht all right, hm? Das ist nicht all right. Sie müssen alle den B so weit. Warum, warum? Geben, die Böden. Geben, die Böden. Ah, Jibs! Ja! Ja! Waxa Nador. Wundisa Aponarce! Watsendor. U-bisa-stay. U-bisa-stay. Hu-pa-tay. Ehm, Lama? Ja, Lama Maxi. Okay. So, dann machen wir mal weiter, Alte. Ich gehe mal auf Toilette, das ist mal ganz wichtig. So, bevor es mir jetzt überall ausläuft. So. La 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 la, die Windel ist total überflüssig. Mh. Hui, Hui. Schuh, Fertig, Becken ist voll, dann können wir gehen. So, sieht's aus, also hier. Mal einen kleinen Snack abfordern, Hilfe, Betreuung, Bad Bitten, Essen bitten. So. Äh, ja, nee. Oh Mann. So. Ja, ja, ja. Wer ist denn der? Ich habe Hunger. Gib er Sinn. Viva Nubu, Viva Nubu. Mh. Das sieht sehr hygienisch aus. Das gefällt mir grün vor sich hin. und ich hätte neu hin. Das ist gut. Ah, wau, voda. So, fertig ist, ne? Dann, äh. Warte, fertig. Jam, jam, jam. Das scheint zu schmecken. Ah, ah. Ist zu weit wegläuft, ne? Okay, wird mir so gesaut, das ist toll. Was ist denn da? Was ist denn da? Hä? Sie liest. Okay. Sie hätte jetzt gerne ein Fortskissen, oder was? So. Wir warten. Bleibt sie denn. Hey, du Alotusse. Hallo, Schnäpfe. Hier, komm. Jugefrau. Lass der Vater fernsehgucken. Oh, Wobies. Was? Schinkt mir? Oh, Flosse. Ich muss hierher spieren. Bordel, was? Nein, nein. Hört wieder nicht auf mich. Also, wir gehen spazieren. So, hierher laufen. Und dann flitzen wir mal durch den Park. Oh, guck mal, ich lasse ein Mädchen. Da kann man ein Mädchen schon mal an. Hier, komm her. Herbei rufen. Lauf, lauf, lauf. Wo bleibst du? Hey, deiner Bengel, Nervensäge. Komm ran. Du musst doch jetzt gerade im Kopf. Tup, tup, tup. Hallo, Mädchen. Hallo, lauf die Weg. Ah, jetzt kommt sie zurück. Ja, ja. Lauf die Weg. Hallo. Wo bist du denn? Oh, Bambu. Du musst du playen. Hallo. Läuft einfach weg. Ist das eine doofe Ziege? Ach, die ist ja eingebildet. Die ist auch so eingebildet. Was ist mit der hier? Hallo. Hallo. Hm. Das sieht nix. Ah. Und weiterkommt. fallen schalten. Irgendwie hinkt der jetzt gerade zu fest, kann es sein. Was ist das eigentlich? Kann ich ein Klipp? Anforderung, Inos. Oh, ist nicht fertig. Oh, du bist noch ein bisschen. Das geht noch besser. Hey, das machen wir schön hier. Ein bisschen krempeln, wenn wir in der Tasche haben. Jetzt können wir mal schön die Umwelt streuen. Schön, schön, schön. Das macht Spaß. Ja. Okay. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Kanal, gehen wir mal einen Kanal entlang. Da ist es. Wo ist denn? Wo ist denn? Da kommt er? Da ist er man. weiter dürfen wir nicht ach wie schade weiter dürfen wir nicht ach so ein Mist mit einer Plage haben wir hier gerade wie ist ein hässiger Schuss ach das Fenster ist offen so wo wir nirgends hin hier die Pilze die glitzern so komisch da kann ich mal spielen wo ist er da kommt er schon ah Pilze zu spielen die Bauklutze sind ich hoffe ich kann doch was machen darf er nichts machen nur spielen kann damit Pinnwand voll da wächst sich auf jeden Scheiß ist das die Pinnwand Pinnwand ist voll das wissen wir wissen wir mal leer machen ok so haben wir leer gemacht alles gut hätte ich auch da drücken müssen ne oh ne Pachaclub aber es fährt wo bist du wieder traurig wo bist du so traurig und so der wird es auch nicht und Musiker wird es auch nicht wenn ich zu Hause hab wo sind wir denn wir sind zu Hause eigentlich ach da ist zu Hause hm was ist denn da wo ist denn da traurig hm wir haben noch kein Tablet wir haben noch kein Tablet gekauft ne wer macht wieder so ein bisschen das Zeug aber unser Lieblingsbibes ist das wieder da also große Schrecken können wir uns nicht vom Haus entfernen wie schade so freundlich zuschauen traurig zurückgelassen traurig zurückgelassen wo soll bleib'n der kleine hallo dann kommt er vor der Mücken hier mal gescheißsicher ja ja oh we sind warte liga bichern sammeln die beherren Es ist ein Gerät. Na. Hallo? Hallo? So, das wird's weiter. Da ist er ja wieder. Sein Lieblingspügel-Sitter. Und er hat ja auch zeitgleich wieder viel. Oder auch nicht. Ich muss da die Zunge auch schrecken. Dann gehst du immer auf Toilette. Was? Problemscheune. Aha. Als der bescheidene Familienvater Ira Strauss die Großstadt verließ, um sich eine Farm aufzubauen, hatte er nicht damit gerechnet, einen leblosen französischen Diplomaten mit dem Gesicht nach unten im Heu zu finden. Dann können Ira's unheimlicher Blick für Details und sein Umgang mit Nutzvieh helfen, den Verantwortlichen zu fassen. Dann, bevor das FBI seine Scheune auseinandernimmt, der erste Band der epischen Ira Strauss bis zur Reihe. Okay. So. Achtung. Jetzt schlafen. Naja. Und das war schon wieder eine Folge zu Ende. Sowas auch. Na gut. Ja. Dann habt euch wohl. Bis zum Nächsten. Euer Jockel. Und euer Timo. Natürlich. Tschau. Bis zum Nächsten. Hm. 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 Das heißt so viel wie auf Wiedersehen. Tschau. Bis dahin.